guten morgen und hallo zusammen willkommen zum letzten tag unseres turnieres die dev steht solide auf dem a da kann sogar eine niederlage passieren und wechseln wir auf nö tun wir nicht wir vertrauen unserer aufstellung wir das waren fünf das sind noch mal vier dann haben wir gelb zusammen die ersten beiden zumindest ich habe immer noch seli dabei fällt mir gerade auf will ich doch gar nicht das ist viel gelb was dort rein fließt das machen wir so da kann man nämlich die schnellen wieder an start so und jetzt warten wir bis die minions sie fertig machen weil minions mobber sind jetzt kriege sogar zwei treffer immer noch top 5 so Pion 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 das muss ja auch mal das kostüm naja safety first weg ist weg dann spielt man die auf jeden fall ins leere machen das so spielen das mal so ich weiß dass er auslöst aber ich habe jetzt alle länder am start so zack 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 und gasse natürlich oh ausgewichen sehr schön können wir hier weitermachen und langsam werden wir anfangen rot weg zu spielen würde ich sagen da kann noch mal rot so brauchen wir aber womöglich gar nicht denn wir haben es so geschafft wenn wir jetzt top 1 sind zu meinem turnier top 1 okay immer noch nicht okay ein blauen mehr und björn weg welchen blauen nehmen wir mit mittel 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 waffen die sich also ein bisschen dann nehmen wir ihn mit so los geht's so perfekt wir haben sieben gelbe auf dem bord wir brauchen aber acht so so ich habe immer noch keine acht wenn ich gelbe lila ne die fangen jetzt an weh zu tun ich brauche einen lilanen stein krieg keinen dann müssen wir weg machen hier so dann müssen wir es halt so machen ghosten ist toll ja hilft jetzt haben wir gleich wieder akela bevor da jemand auslöst noch mal ghosten noch mal ghosten reicht kommt schon minions tut euer werk komm rechts jawohl minions ganz stark wonderful das sieht doch gut aus so zack das ist denn 50 schaden pro zug kommt das denn her das ist das ok ok da war eins immer noch nicht mit mir richtig arbeiten hier so poppy kommt mit er kommt mit ich will mal ganz kurz schauen was machen wir mit mir nehmen was herlie mit oder haben wir noch was anderes weiß ich nicht na komm Bertulf kein weiteres gelb aber einen roten diamanten und eine chance auf gelb hohoho eine riesen chance auf gelb so zack zack mal erstmal den perfekt jetzt drück mal den chaos knopf einmal bitte nur danke und du auch nur einmal oh den schaden den er produziert das ist ja schon nicht mehr nett so aber er sollte jetzt auch nicht mehr auslösen zack zack und poppy müsste ihm den rest geben wenn nicht schon die minions das tun oder der 50 schaden debuff ne so bobby firmino danke so jetzt nochmal kür am ende ja das ist ja eindeutig was wir hier was wir hier spielen müssen das tut mir ja fast schon leid für den rex bull aber heißt das nicht red bull hm hat nicht gelangt für ihn okay das könnte jetzt wehtun so zack zack so sehr schön war doch am ende sogar ein solides turnier musste erstmal wie meistens meine offensive finden wobei wobei am ende sah es auch gut aus wobei am ende sah es auch gut aus nur in der mitte ganz schön gestruggelt verteidigung ja erster tag hätte auch mal a sein können da fehlen 700 punkte da wären wir bei 16,2 aber das ist mal ein stück weg hier gucken wir mal ob es irgendjemand geschafft hat den wir kennen und ansonsten schaue ich gleich noch in die kiste zusammen sind wir stark das ist ja auch ein schönes motto ähm ja vortegra hm na klar das ist bitte ein punkt ich bin damit fürs zuschauen haut rein bis denn tschüss noch eine tschau 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 tschau